Hey, pack sofort diese ekelhafte Stulle weg. Wir müssen was klären. Also hör zu, so geht das nicht weiter. Rico muss raus. Ich kann ihn einfach nicht mehr sehen. Wieso dann? Er ist langweilig und er stinkt. Er kotzt mich einfach an. Er kann einfach nicht weiter in meiner Wohnung leben. In deiner Wohnung, ja? Ja, in meiner Wohnung. In meiner Eigentumswohnung, falls du es schon wieder vergessen hast. Du weißt schon, wie ich das meine. Zu viert, okay. Alles super, alles läuft, alles easy. Aber seit der da ist, nee, dieses Familienglück ist doch zum Kotzen. Die fette Annette. Der freundliche Markus. Und als Draufgabe noch der hilflose Rico zum Drumkümmern. Sonst zählt doch nichts mehr für die. Aber heute ist Schlachttag. Und Annette? Annette? Annette ist arbeiten bis fünf. Bis dahin haben wir es erledigt. Und dann bringt sie dich um. Annette. Klar.